Oh yeah. Sehr beleidigend, sehr direkt, sehr asozial, sage ich mal, weil da muss man natürlich nicht Gesicht zeigen und da kann man sehr, sehr viele Sachen rausbrettern, die man normalerweise im echten Leben vielleicht nicht sagen würde. Man merkt aber auch zum Beispiel, wie einen das Thema Klickzahlen, Likes, Follower und das ganze Zeug wirklich beschäftigt. Du lädst irgendwas hoch und dann sitzt du da wirklich so und aktualisierst die ganze Zeit und schaust, was machen die Klickzahlen. Wie viele Leute schauen sich das an? Wie viele Kommentare bekommt man? Wie viele Daumen hoch hat dieses Video zum Beispiel, wenn wir jetzt von YouTube ausgehen? Natürlich ist dasselbe bei den meisten Leuten wahrscheinlich auch auf Instagram. Die laden ein Bild hoch, wo die denken so, ey, das ist ein cooles Bild. Dann bekommen die nicht so viele Likes, wie sie sich vielleicht das gewünscht haben oder wünschen und dann macht das sie an dem Tag irgendwie macht das denen die Laune kaputt. Ich merke das selber. Wenn ich zum Beispiel mir echt viel Mühe gegeben habe bei einem Video und das Video hochlade und das Video nicht ganz so viele Klicks bekommt, wie ich mir vielleicht erhofft habe oder gar nicht so gut performt, das macht mich schon ein bisschen traurig. Wenn es nicht so viele Leute klicken, bedeutet das, dass die Leute das Video nicht feiern oder es nie nicht interessiert. Und das ist natürlich scheiße, weil wenn du irgendwas machst, möchtest du natürlich auch, dass es gut bei den Leuten ankommt. Und dieses Ganze, das Ganze zusammen, jetzt aus der Sicht von mir als Influencer, sage ich mal, oder als YouTuber, das Ganze von mir aus erster Hand und das ist natürlich das Thema von den Leuten, die Instagram einfach nur konsumieren, selber ein bisschen was hochladen für sich und dann halt auch den Content von anderen Leuten anschauen und sich ständig mit ihnen vergleichen. Wenn du auf Instagram halt online gehst, du folgst ein paar Influencern, ein paar Promis oder so, du siehst halt nur Highlife die ganze Zeit, du siehst nur Goodlife. Die sind dort im Urlaub, der Typ hat sich ein neues Auto gekauft, der hat eine neue Freundin, der heiratet, der postet irgendwas von seinem neuen Business, das durch die Decke gegangen ist. Und dann sitzt du vielleicht selber zu Hause und denkst dir so, bei mir sieht das Leben nicht so gut aus. Irgendwie muss ich was falsch machen. Ich bin zum Beispiel, keine Ahnung, 25 Jahre alt, beispielsweise irgendein 25-Jähriger schaut sich das an, 25 Jahre alt, ich wohne noch vielleicht bei mir zu Hause mit meinen Eltern, ich habe noch keine Freundin oder ich hatte noch nie so eine richtig feste Freundin. Jobtechnisch habe ich auch noch nicht das gefunden, was ich gerne machen möchte und die Leute denken, dass sie dann zum Beispiel mit 25 einfach im Leben gescheitert sind, weil die nicht das erreicht haben, was andere Leute vielleicht auf Social Media präsentieren. Und das ist halt schon traurig, weil ich sage euch ganz ehrlich, ey, mit 25 seid ihr noch gar nichts. Wenn ich zurückdenke an mich mit 25, also vor knapp 5 Jahren, ich war ein kleiner Scheißer, Mann. Mit 25 hast du das ganze Leben noch nicht mal geblickt, du hast gar keine Ahnung, was eigentlich im Leben abgeht. Ich weiß, man bekommt durch Social Media immer den Anschein, dass man mit 25 schon das ganze Leben durchgespielt haben sollte und wenn man es nicht gemacht hat, ist man ein Versager. Aber das stimmt alles gar nicht. Es ist wirklich nur der Bruchteil, wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Prozentsatz. Also ich glaube nicht mal ein Prozent der Menschen, nicht mal ein Prozent, wirklich, das ist glaube ich ein Zehntel von dem Prozent oder so. Diese Menschen haben vielleicht mit 25 schon das Leben durchgespielt oder haben schon verstanden, was sie in ihrem Leben machen möchten. Alle anderen sind genauso verloren wie ihr selbst, glaubt mir. Die schwimmen einfach nur, die paddeln durch das Wasser und hoffen, dass sie nicht absaufen und gerade irgendwie irgendwie einen Weg finden. Genauso geht es den meisten Menschen, glaubt es mir. Das Problem ist halt einfach nur, dass auf Instagram immer nur die guten Sachen präsentiert werden. Keiner zeigt auf Instagram, boah, heute mein fünftes Business gefloppt. Ich mache, seit ich, keine Ahnung, 16 bin, versuche ich mich als Businessman oder so. Ich bin 25, in den letzten neun Jahren habe ich zehn Geschäftsmodelle in den Sand gesetzt, bin fast fünfmal pleite gegangen. Und jetzt mit 25 habe ich endlich das Businessmodell gefunden, womit ich Erfolg habe. Das machen, das sagen die meisten nicht. Ihr seht diese zehn Jahre Struggle vorher nicht, wo die sich zehn Jahre abgearbeitet haben, nicht? Sondern die zeigen dann nur diesen einen Moment, wo es geklappt hat. Und dann denkt sich jeder, boah, bei dem hat es geklappt und bei mir nicht? Die zeigen immer nur, wie toll ihr Leben ist, aber nicht wie abgefuckt manchmal, wie unglücklich sie sind über ihren Job und das alles Mögliche. Deswegen hört auf, euch mit Social Media zu vergleichen, Freunde. Nutzt Social Media als etwas, was euch inspiriert oder als etwas, was euch motiviert. Folgt den richtigen Leuten. Ich bin zum Beispiel, ich folge sehr vielen Leuten, die inspirierenden Content posten. Aber ich folge sehr, sehr wenig Leuten, die einfach nur den ganzen Tag rumpotzen, sage ich mal, mit ihrem Lifestyle oder mit dem, was sie sich aufgebaut haben, weil das bringt mich in meinem eigenen Leben nicht weiter. Und genau so solltet ihr das ganze Ding auch angehen. Je nachdem, wie ihr Social Media konsumiert, kann es entweder richtiges Gift für euer Leben sein oder es kann etwas sein, was euch motiviert und voranbringt. Ihr dürft auch nicht vergessen, jeder beginnt an einem anderen Ausgangspunkt. Beispielsweise ich habe an einem ganz beschissenen Ausgangspunkt angefangen damals. Arme Familie, sage ich mal, keine reichen Eltern, keine reichen Großeltern, die einem irgendwie was ermöglichen können, die einem irgendwie ein Auto zahlen, Wohnung zahlen, irgendwie bla bla bla, irgendwas bezahlen. Hatte ich alles nicht. Bedeutet, an der Startlinie habe ich vielleicht schon, oder wenn ihr euch ein Rennen vorstellt, habe ich das Rennen ein bisschen weiter hinten begonnen. Als vielleicht jemand, der gut verdienende Eltern hat, die ihm alles mögliche ermöglichen können, wenn er sich das wünscht. Der braucht ein Auto, bekommt er das Auto von denen. Der will irgendwas lernen, der bekommt von denen finanziellen Support, um das machen zu können, was andere Leute vielleicht nicht haben. Deswegen, jeder fängt an einem anderen Ausgangspunkt an. Aber das entscheidet nicht darüber, wo ihr am Ende ankommt. Nur weil der Typ vielleicht an einem besseren Punkt startet als ihr, bedeutet nicht, dass er weiter im Leben kommt als ihr. Ganz im Gegenteil, manchmal sind es, meistens sind es sogar die Leute, die wirklich ein leichtes Leben haben, die komplett absacken, weil die es nie lernen, sich durchzusetzen. Wenn das, das Leben wäre nur halb so schön, wenn es nicht schwierig wäre. Das ist so, wie wenn ihr ein Spiel spielt und jeder Boss ist einfach zu easy. Ist es ein Spiel, wo ihr dann am Ende, wenn ihr das Spiel, sag ich mal, durchgespielt habt? Ist es etwas, wo ihr dann, wo ihr dann wirklich sagen könnt, boah, das war cool, das hat Spaß gemacht? Nein. Woran hat man Spaß? Ja, ihr seid voll am Verzweifeln, Mann. Ey, ihr könnt nicht mehr. Ihr seid schon kurz vor den Tränen, weil ihr irgendein Level nicht schafft, ja. Ihr spielt Grand, äh, GTA oder sowas zum Beispiel. Ich erinnere mich damals, man hat irgendwelche GTA-Missionen gespielt und es hat einfach nicht geklappt die ganze Zeit. Man war full am Strugglen, man war schon am Ausrasten. Wenn man es dann aber am Ende geschafft hat, Junge, da hat man sich richtig geil gefühlt. Und genau das ist es. Struggle macht das Leben dann am Ende schön. Ohne Struggle wäre der Erfolg am Ende überhaupt nichts. Immer wieder. Immer wieder zurück.